Nach dem Motto unser täglich Brot gib uns heute genießen wir gerne frisch gebackenes Brot vom Bäcker. Natürlich ist es möglich, das Brot beim Bäcker aufschneiden zu lassen, um sich das Schneiden zu Hause zu ersparen. Beziehungsweise haben Sie vielleicht nicht das richtige Werkzeug, um das Brot zu Hause zu schneiden. Frisches Brot von Hand aufzuschneiden, ist eine echte Herausforderung, für beide Seiten, das Brot und Sie. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Ritter Allesschneider, Brotschneider E16. Die Brotschneidemaschine von Ritter ist ein Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung. Ausgestattet ist diese Küchenmaschine mit einem kraftvollen Ico-Motor mit 65 Watt. Im Vergleich zum Vorgängermodell des E16 Brotschneiders ist dieses Gerät 20% sparsamer, aber trotzdem 50% kraftvoller. Durch den energiesparenden Motor dieser Ritter Brotschneidemaschine leistet der Hersteller einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Im Gegensatz zu anderen Brotschneidern ist diese Maschine schräg gestellt, was das Schneiden sehr einfach macht. Mit der Ritter Brotschneidemaschine können Sie nicht nur Brot, sondern auch Wurst, Käse, Obst und Gemüse schneiden. Der Großteil der Maschine ist aus Metall, sodass dieser Brotschneider sehr stabil und robust ist. Und der Vorteil, sie lässt sich auf ein kompaktes und handliches Maß zusammenklappen. Die Schnittstärke können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen und natürlich auf das zu schneidende Produkt einstellen, von 0 bis 20 mm. Das Messer der Brotschneidemaschine von Ritter ist mit einem Wellenschliff ausgestattet und aus rostfreiem Edelstahl produziert. Ob Brot, Wurst oder Käse, das Wellenschliffmesser der Brotschneidemaschine schneidet alles in appetitliche Scheiben. Unterhalb des Messers wird die Auffangschale angebracht, die die geschnittenen Scheiben aufhängt. Praktisch, Sie können auf dieser Schneidgut-Auffangschale, die aus hochwertigem und pflegeleichtem Kunststoff besteht, das geschnittene auch servieren. Zum Reinigen können Sie das Messer herausnehmen, indem Sie den Münzverschluss mithilfe einer Münze lösen. Diese Brotschneidemaschine überzeugt im Vergleich nicht nur durch ihre hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch ihre Funktionalität. Preislich ist die Brotschneidemaschine im mittleren Preissegment zu finden. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Ritter Allesschneider und Brotschneider E16 Duo Plus Ritter Allesschneider, Brotschneider E16. Ebenfalls mit dem starken Ritter Eco-Motor ist diese Brotschneidemaschine ausgestattet. Sie beträgt den Zusatz Duo Plus, da dieses Elektrogerät mit einem zusätzlichen Schinkenmesser ausgeliefert wird. Dieses Schinkenmesser sorgt vor allem bei weichem Schneidbrot für ein sehr gutes und gleichmäßiges Ergebnis. Dünne Scheiben sind mit diesem Schneidemesser kein Problem. Und in der praktischen Auffangschale können Sie das Schnittgut nicht nur auffangen, sondern die frisch geschnittenen Scheiben servieren. Die Schnittstärke-Einstellung ist stufenlos einstellbar, von hauchdünn bis zu 20 mm starken Scheiben. Auch bei dieser Brotmaschine können Sie das Messer mit einer Münze, die Sie in den Münzverschluss stecken, einfach austauschen bzw. zum Reinigen herausnehmen. Natürlich ist das Schinkenmesser ebenfalls mit einem Münzverschluss ausgestattet. Mit Made in Germany und der hohen Material- und Verarbeitungsqualität ist die Brotschneidemaschine E16 Duo Plus sehr langlebig und bietet Ihnen eine stabile und solide Grundlage. Der nächste Produkt ist Graef C20 EU Allesschneider Classic Ritter Allesschneider und Brotschneider E16 Duo Plus Die Graef Classic C20 Brotschneidemaschine überzeugt durch ihren leistungsstarken, flüsterleisen Motor und die Vollmetallausführung. Das Design der Graef Brotschneidemaschine ist gegenüber den beiden bereits vorgestellten Elektrogeräten etwas anders. Diese Brotschneidemaschine ist freitragend konstruiert, während für die Ritter Brotschneidemaschinen die schräge Konstruktion typisch ist. Die Glasbodenplatte sieht nicht nur gut aus, sondern ist natürlich sehr hygienisch. Mit der Graef Brotschneidemaschine können Sie Brot, Käse, Wurst, Gemüse und Obst aufschneiden. Für den präzisen und gleichmäßigen Schnitt sorgt das Wellenschliffmesser aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 17 cm. Ob harte Brotkrusten oder weicher Käse, die Graef Brotschneidemaschine C20 EU schneidet die perfekten Scheiben. Die Schnittstärke können Sie individuell von hauchdünn bis zu 20 mm stufenlos einstellen. Dabei können Sie das Küchengerät in der Moment- oder in der Dauerfunktion betreiben. Die Graef Brotschneidemaschine ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Auch diese Allesschneider von Graef ist made in Germany und ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Preislich gehört diese Brotmaschine von Graef zu den teureren Brotschneidemaschinen innerhalb unseres großen Vergleichs auf Stern.de. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ritter Brotschneider, Allesschneider Icaro 7 Graef C20 EU Allesschneider Classic. Eine weitere Brotschneidemaschine, die wir Ihnen vorstellen möchten, stammt aus dem Hause Ritter. Das Unternehmen steht für ein schickes Design, eine hohe Material- und Verarbeitungsqualität und eine besonders hohe Langlebigkeit. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Brotschneidemaschinen verfügt dieser Brotschneider über eine extra breite Auflegefläche. Dadurch können Sie auch übergroßes Schneidegut problemlos auflegen und schneiden. Die Auflegefläche ist aus Metall gefertigt. Die Auffangschale der Brotschneidemaschine von Ritter ist unterhalb des Schneidemesser platziert, sodass Ihr Schnitt gut auf die Ablagefläche fällt. Diese Auffangschale ist aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff und kann gut und gerne auch als Serviertablett verwendet werden. Die Schnittstärkeeinstellung ist, wie bei dem Großteil der elektrischen Küchenhelfer, individuell und variabel einstellbar. Von hauchdünnen Scheiben bis hin zu Scheiben mit einer Stärke von 14 mm können Sie mit diesem Allesschneider aufschneiden. Das Messer ist mit einem Bayonettverschluss mit der Brotschneidemaschine verbunden, welcher ohne zusätzliches Werkzeug geöffnet werden kann, um das Messer aus der Maschine herauszunehmen. Ein weiterer Pluspunkt des Brotschneiders ist die Klappmechanik. Nach Gebrauch können Sie die Brotschneidemaschine platzsparend zusammenklappen, sodass sie nur noch 10 cm breit ist. Für die zusätzliche Sicherheit beim Schneiden sorgt das Zwei-Fingereinschaltsystem. Sie können den Allesschneider von Ritter im Moment oder im Dauerbetrieb verwenden. Mit einem Schlitten weg von 20 cm, leistungsstarken 65 Watt und den überzeugenden Features gehört die Ritter Brotmaschine zu den Küchenmaschinen, die uns überzeugen. Preislich gehört die Ritter Icaro 7 zu den Höhe-RPR-heisigen Brotschneidemaschinen innerhalb unseres Vergleichs. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Unold 78856 Brotschneidemaschine und Allesschneider Kompakt Ritter Brotschneider, Allesschneider Icaro 7. Auch diese Brotschneidemaschine von Unold ist als Allesschneider nutzbar. Mit einer Leistung von 100 Watt ist sie leistungsstärker als die bisher vorgestellten Brotschneidemaschinen. Die Zubehörteile wie Schneidschlitten und Anschlagplatte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bieten eine gewisse Stärke und Haltbarkeit. Ausgestattet ist die Unold Brotschneidemaschine mit einer Kindersicherung. Über den Sicherheitsschalter haben Sie die Möglichkeit, den Brotschneider kurz oder auf längere Zeit einzuschalten und zu nutzen. Die Schnittbreite ist von 0 bis 15 mm stufenlos einstellbar, so dass Sie hauchdünne als auch dickere Scheiben schneiden können. Der Restehalter ist abnehmbar und mit einem Fingerschutz ausgestattet. Zum Reinigen können Sie das Messer aus Solinger Edelstahl mit der zum Lieferumfang gehörenden Messerzange entnehmen. Zum Aufbewahren können Sie die Brotschneidemaschine von Unold Platz sparend zusammenklappen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Severin AS 3915 Brotschneidemaschine Unold 78856 Brotschneidemaschine und Allesschneider kompakt. Die Severin AS 3915 Brotschneidemaschine ist ein silberfarbener Allesschneider. Mit seiner Hilfe ist es möglich, verschiedene Lebensmittel, wie Brot, Käse und Wurst, zu schneiden. Das Modell ist mit zwei Messern ausgerüstet. Dazu gehören ein Wellenschliffmesser und ein Schinkenmesser. Das Wellenschliffmesser ist zum Brotschneiden gedacht. Das Schinkenmesser ist beispielsweise verwendbar, um Käse oder Schinken zu schneiden. Was bedeutet Wellenschliff? Die Schneide eines Messers mit Wellenschliff ist nicht glatt, sondern mit Zähnen versehen. Ein Wellenschliffmesser ist sehr gut nutzbar, um Brot, Baguettes oder Kuchen zu schneiden. Mit einem solchen Messer entstehen hierbei weniger Krümel. Der Allesschneider von Severin ermöglicht es, die Schnittstärke stufenlos einzustellen. Das gelingt in einem Bereich von 0 bis 15 Millimetern. Weiterhin verfügt das Modell über einen beleuchteten Ein- und Ausschalter sowie einen Restehalter, der mit einem Fingerschutz ausgestattet ist. Die beiden Messer der ASS 3915 Brotschneidemaschine werden aus Edelstahl gefertigt und sind entnehmbar. Die Anschlagplatte und das Motorgehäuse bestehen aus Metall und sind laut Hersteller robust. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Graef M20 EU Brotschneidemaschine und Alleschneidermaster M20. Der Hersteller Graef bezeichnet die Brotschneidemaschine Master M20 als das Allround-Talent für ihre anspruchsvolle Küche. Die Maschine überzeugt nicht nur durch ihr modernes und praktisches Design, sondern auch durch den leistungsstarken, flüsterleisen Motor. Mit einer Leistung von 170 Watt gehört die Graef Brotschneidemaschine zu den leistungsfähigen Geräten, die wir Ihnen innerhalb unseres großen Brotmaschinen-Vergleichs auf Stern.de vorstellen. Mit einem Gewicht von 1,58 kg gehört diese Maschine zu den leichten Modellen und auch ihre Maße von 29,5 x 40,5 x 25,5 cm können überzeugen. Ausgestattet mit Vollstahlmesser mit glatter Schneide Kunststofftablett Schneidbrutschlitten Restehalter Wird die Graef Brotschneidemaschine ausgeliefert. Der 170 Watt Kondensatormotor ist wartungsfrei und durchzugsstark, wodurch sich die Schneidergebnisse durchaus sehen lassen können. Die volle Motorleistung wird direkt auf das Zahnrad des Messers übertragen, ganz ohne Leistungsverlust. Mit der Schlittenschaltung können Sie das Elektrogerät sowohl mit Moment- als auch mit Dauerfunktion verwenden. Letztendlich überzeugen die intuitive und sichere Bedienung dieser Brotschneidemaschine als Allround-Talent für Ihre Küche. Mit so vielen Vorzügen und einer solch glanzvollen Leistung dürfte klar sein, dass diese Graef Brotschneidemaschine entsprechend kostet. Sie ist die teuerste Brotschneidemaschine, die wir Ihnen innerhalb unseres großen direkten Vergleichs auf Stern.de vorstellen. Die Graef Master M20 ermöglicht Ihnen hauchdünne Ergebnisse, ganz gleich, ob Sie Käse, Wurst, Gemüse oder Obst schneiden. Der nächste Produkt ist Ritter Brotschneidemaschine und Allesschneidersolida 4 Graef M20 EU Brotschneidemaschine und Allesschneidermaster M20. Die Ritter Brotschneidemaschine Solida 4 gehört in unserem Vergleich zu den Geräten, die im unteren Preissegment zu finden sind. Als Qualitätsprodukt, das in Deutschland gefertigt wurde, überzeugt nicht nur diese Maschine, sondern eben alle Brotschneidemaschinen der Firma Ritter. Die Solida 4 Brotschneidemaschine zeichnet sich durch folgende Funktionen aus. Die Vollmetallausführung. Die schreckgestellte Schneidefläche mit Leichtlaufschlitten. Die Messerabdeckung. Der Sicherheitsmoment und Dauerschalter. Die stufenlose Schnittstärkeneinstellung. Die Schneidgut-Auffangschale. Der kraftvolle Eco-Motor. Der Eco-Motor ist kraftvoll, aber dennoch sehr leise. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Solida 4 Brotschneidemaschine ist diese um 20% sparsamer, aber dennoch um 50% kraftvoller. Mit dem Eco-Motor leistet das Unternehmen Ritter einen positiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Ausgestattet ist die Solida Brotschneidemaschine mit einem Wellenschliffmesser, das aus rostfreiem Edelstahl gefertigt wird. Die Messerabdeckung schützt das Messer und natürlich auch sie vor Verletzungen. Zum Reinigen können sie das Messer einfach durch Öffnen des Bayonettverschlusses entnehmen, um es später auch vollkommen unkompliziert einsetzen zu können. Die Schnittstärke können sie von Hauchdünn, beispielsweise für Carpaccio, bis zu 23 mm einstellen und das natürlich stufenlos. Mit der günstigen Ritter Brotschneidemaschine gelingen Ihnen präzise Schneiderergebnisse bei Brot, Käse, Wurst, Gemüse und Obst. Der nächste Produkt ist Ritter Alles Schneider Contura 3, elektrische Brotschneidenmaschine mit Eco-Motor, Made in Germany Ritter Brotschneidemaschine und Alles Schneider Solida 4. Ebenfalls Made in Germany ist diese elektrische Brotschneidemaschine, die auch aus dem Hause Ritter stammt. Mit der Bezeichnung Contura 3 ähnelt diese Maschine vom Aufbau her den anderen von Ritter erhältlichen und vorgestellten Brotschneidemaschinen. Diese Brotschneidemaschine ist ebenfalls aus Vollmetall hergestellt und bietet Ihnen eine robuste und haltbare Verarbeitung. Durch die schräg gestellte Schnittführung sind Ihre Schnittergebnisse sehr hoch und sehr präzise. Den Leichtlaufschlitten, der ebenfalls aus Metall ist, können Sie bei Bedarf abnehmen. Der Schlitten weg beträgt 24 cm, die Schnittstärkeneinstellung beläuft sich von 0 bis 23 mm. Der Eco-Motor ist, wie grundsätzlich alle Rittermotoren, sehr leistungsstark ohne viel Energie zu verbrauchen. Ganz gleich, ob Sie den Moment oder den Dauerschalter betätigen, die Ergebnisse dieser Brotschneidemaschine werden Sie garantiert überzeugen. Mit der Contura 3 können Sie Brot, Wurst, Käse, Obst und Gemüse problemlos schneiden. Die Schneidgut-Auffangschale aus Kunststoff ist nicht nur Auffangschale, sondern dient Ihnen bei Bedarf als Serviertablett. Mit der stufenlosen Einstellung der Schnittstärke eignet sich die Brotschneidemaschine zum vielfachen Einsatz in der Küche. Das Messer können Sie ganz einfach durch Öffnen des Bayonettverschlusses entnehmen und genauso problemlos wieder einsetzen. Die 25 Grad Schrägstellung der Auflagefläche bietet Ihnen eine optimale Bedienung beim Schneiden. Das Schnittgut rutscht durch die Schrägstellung selbstständig und kontinuierlich nach unten, ohne dass Sie nachhelfen müssen. In puncto Preis gehört die Ritter Contura 3 zu den mittelpreisigen Geräten, die wir Ihnen in unserem direkten und großen Brotschneidemaschinenvergleich auf stern.de vorstellen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet Ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.